So, moin moin aus Hamburg. Ich bin heute wieder in Hamburg unterwegs beim Order. Und zwar bin ich heute hier bei, da kann man es sehen, bei Rika. Genau, und da habe ich schon mal eine, ja, für die Damen eine große Vorauswahl getroffen. Und die Frau Liebing, die sitzt hier, die kommt nämlich jetzt am Schwitzen. Und das liegt nicht daran, weil das hier so irrsinnig warm ist, sondern weil hier auf dem Tisch so viele Schuhe stehen von Rika, die ich natürlich alle mitgenommen habe. Und damit diese dann im nächsten Frühjahr, Sommer bei uns in den Filialen stehen. Und ja, alle mit den Größen 42, 43, teilweise sogar bis zur 45, die Damenwelt sozusagen von Rika Schuhe bekommen, um einfach glücklich zu werden. Nicht? Anti-Stress-Schuhe von Rika ist natürlich immer ein super Thema bei uns. Haben wir letztes Jahr das erste oder dieses Jahr das erste Mal gehabt. Und die Marke kam hervorragend an, liegt natürlich auch daran, weil Rika, die Marke kennt man einfach. Das ist eine uralt eingesessene Marke und das läuft. Die wissen, wie man Schuhe macht, die Passform stimmt, von daher macht das einfach Spaß. Aber ich zeige mal eben so ein, zwei Modelle, zum Beispiel bei den Sandalen hier. Ist das nicht super? Sieht doch echt klasse aus. Da kann man gut was mitmachen. Auch hier hinten bei diesen Sandalen, die finde ich übrigens auch ziemlich krass. Das ist einfach mal so ein bisschen was, bisschen was anderes, ein bisschen was Frisches, Fesches. Finde ich richtig toll. Also ich glaube, die Damenwelt kann da zufrieden sein mit der großen Auswahl, die Rika hier bietet. Bei den Herren sieht es dann natürlich auch ähnlich aus. Auch da ist hier unten am Boden, ich muss das mal eben hier so ein bisschen drehen, hier alles, boah, da ist es. Eine Riesenauswahl an Herrenschuhen, die in den Größen, Moment, wo bin ich, bin hier, in Größe 46 und 47 dann bei uns auch im nächsten Jahr wieder in der Frühjahr-Sommer-Kollektion vorbei dabei sind. So, in dem Sinne, ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.